Was nicht passend wird, passend ihr Macht. Nicht genügend Mineralien. Den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid. Es bleibt nicht viel Zeit, bis Amor den Tempel angreifen wird. Die Aktivierung hat begonnen, aber es braucht einige Zeit, bis sie abgeschlossen ist. Euer Hauptziel ist, den Tempel bis dahin zu verteidigen. Zerg werden feindliche Streitkräfte zurückschlagen. Jupp. Nicht genügend Mineralien. Was liegt an? BBF bereit. Was liegt jetzt? BBF einsatzbereit. Nur zu. Boah, hab ich mir schickt. Das ist ja nicht mein Geld. Nur zu. Ein möglicher Leiter geht los. Kapiert. Nicht genügend Mineralien. Was nicht passend wird, passend gemacht. Aha. Was nicht an? Nicht genug. Ja. Jawohl. BVF bereit. BVF bereit. BVF bereit. Verstanden. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. BVF einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. Feindlicher Angriff entdeckt. Bewegt sich auf uns zu. BVF bereit. Los, 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 los. Verstanden. Abmarsch bereit. Durchgeladen und entsichert. Du bist. Ganz kaum noch, Herr Brandd. Worauf soll ich игрern, Sir? Los, los, los! Ja, ja! Durchgeladen und entsichert! Bereit machen, Jungs! Jetzt geht's rund! Hyperion einsatzbereit! In Ordnung! Was nicht passt, wird passend gemacht! Wird gemacht! Aber sicher! Hier kann ich nicht bauen! Auf feindliche Zergboot gestoßen! Landen! Unsere Verbündeten werden angegriffen! Ich bin schon unterwegs! Nix! Hier kann ich nicht bauen! Die Konfiguration des Tempels ist zur Hälfte abgeschlossen! Bleibt standhaft, bis der Tempel aktiviert werden kann! Die Straße wohnt! Die Straße wohnt! Die Straße wohnt! Nicht genügend Mineralien! Ich bin schon! Sie sind in Ordnung! Jetzt wird geblündert. Was wichtiert? Jetzt wird geblündert. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Der Tempel wird von einem leeren Moloch belagert. Tötet ihn, bevor er zuviel Schaden anrichtet. Für Berion im Anschlug. Der Tempel wird von einem leeren Moloch neutralisiert. Dann lasst uns mal loslegen. Bin gleich da. Sehr schön. Erweiterung fertiggestellt. Die Zenitsteine in der Nähe des Tempels beginnen instabil zu werden. Es wäre weise, sie unschädlich zu machen. Heik mir schreckt! Aus der Bahn! Hybriden-Energiesignatur geortet. Verstanden. Reagiere entsprechend. Verweiterung fertiggestellt. Erweiterung abgelegt, glaube ich. Der Tempel wird angegriffen. Der Tempel wird angegriffen. Der Tempel wird angegriffen. Der Tempel wird angegriffen. Neue Hybrid-Signatur geortet. Instabile Sequenzen. Kann nicht studieren. Auslöschen. Die Westen mal mithelfen. Der Tempel wird angegriffen. Der Tempel wird angegriffen. Der Tempel wird angegriffen. Rollen wir los! Amon hat einen leeren Urloch herbeigerufen. Solange diese Kreatur am Leben ist, wird sie dem Tempel schweren Schaden zuflügen. Der Tempel wird angegriffen. Ich höre! Was gibt's? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Maschinen laufen. Ich bin sowas von dabei! Ich höre! Jawoll! Jetzt wird geblendert. Was gibt's? Die Führung zur Anforderung bereit. Rock'n'Roll! Was ist das Ziel? Regeneration eingeleitet. Heilt Armeen. Leeren Moloch eliminiert. Was ist das Ziel? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wann geht's los? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unterwegs! Ja? Ordentliche Landekapseln im Anflug. Begriffen! Feindliche Landekapseln im Anflug. Feindliche Landekapseln im Anflug. Wir sind in der Krimi. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ein leerer Moloch beschießt den Tempel. Ihr müsst ihn aufhalten. Ich fordere die Hyperion an. Ich fordere die Hyperion an. Nur zu! Jupp! Tod eines leeren Molochs bestätigt. Empfange Übertragung. Auf Kurs. WBF Einsatz bereit. Koordinaten eingegeben. WBF bereit. WBF bereit. Haltet die Augen auf. Ich steck ganz schön in der Klemme hier. Alle instabile Zenitsteine bis auf einen wurden neutralisiert. WBF Einsatz bereit. Hybrid-Signatur geortet. Dann schalten wir sie mal aus. Gefakt. WBF bereit. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Jetzt wird geplündert. Das gefällt mir. WBF Einsatz bereit. Was wichtig jetzt? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Warten! Schlechte Neuigkeiten? Juhu! Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich steck ganz schön in der Klemme hier! Teile in Zerg Heilbequenz. Heilungsprozess eingeleitet. Wir brauchen völlig ballern, Sir! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Die Zenitsteine sind nicht mehr. Ihre gefährlichen Energien wurden unschädlich gemacht. Erwartetes Ergebnis. Richtige Taktik verwendet. Maschinen laufen. Maschinen laufen. Feindliche Landekapseln im Anflug Regeneration eingeleitet, heilt Armeen Feindliche Landekapseln im Anflug Amons Streitkräfte greifen den Tempel an Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, hart aus, es verbleiben nur noch wenige Augenblicke Durch Evolution auf alles vorbereitet, Feind kann nicht besiegen Mehrere Monarche sind aus der Heere erschienen, schaltet sie aus bevor sie den Tempel zerstören Geperion einsatzbereit Ich glaube, es wird Zeit für die Geperion Ein leerer Monarch wurde vernichtet Quano, im Regen geortet Sequenzen sowohl von Protoss als auch Zerg muss untersuchen Ich bin so schon dabei Unsere Verbündeten werden angegriffen Wir stehen unter schwerem Beschuss Ab die Post Regeneration eingeleitet, heilt Armeen Lauter Unsere Verbündeten werden angegriffen Wir stehen unter schwerem Beschuss Aufgedankt und einsatzbereit Jetzt wird geplündert Hammerhart Ganz kaum noch Unsere Verbündeten werden angegriffen Bin für die Schlacht gewogen Absalom, Sir Aufgedankt und einsatzbereit Nicht genug Bespin-Gas Maschinen laufen Ja, ja Ab die Post Ich steck ganz schön in der Klemme hier Unterwegs Teile und Zerg Teilfrequenzen Teilungsprozess eingeleitet An die Post Maschinen laufen Maschinen laufen Aufgedankt und einsatzbereit Was gibt's? Mach ich! Nur zu! BBF einsatzbereit Erweiterung Der Tempel ist bereit Die Aktivierung wird Armands verbleibende Streitkräfte Wir vernichten ausgezeichnete Arbeit Dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020